weil er da dauernd Leute getötet hat und so unbedrohend gedealt krasser Bundespolizist muss ich sagen. So jetzt haben wir endlich eine neue Map, jetzt müssen wir aber auch gewinnen, ne? Endlich. Im CEO-Büro. Ich setze mich auf den Schreibtischstuhl. Im CEO-Büro. Hier ist der Start. CEO-Büro-Verwaltung. Das ist die Bomben. André Hugo WNL. Jetzt werd ich gucken. Ach, guck ich nach. Ach stimmt. Ja, alles ist so schlimm. Ja. Wie gesagt, andersrum geht's schneller. Von der Festplatte auf die SSD geht viel schneller. Wann kannst du jetzt? Schnell, weil wir haben ja noch Vorbereitung. Naja, hier ist es nicht gut aus dem Online-Spiel rauszutabben. Was? Dann soll ich dann rausliegen, weil ich nicht drinnen will. Ach so. Nein, nein, nach der Runde drinnen. Die Runde, die Runde, die Runde, die Runde, die Runde. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich endlich die neue Map gewinne. Mhm. Dann gehst du morgen direkt YouTube-Upload. Haha. Jetzt mal die ganzen Clips Ende schneiden und so. Die ganzen Clips? Warum machst du nur die Runde jetzt? Ich mein, morgen würde ich dann die Runde hochladen, bis die Rest kommen als normal nach Reihenfolge. Ach so. Ich hab davon abgesehen, dass ich die bei den Brunnen eh immer ganz hoch lade. Ne? 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 Die Bomben sichern. Die Bomben sichern. Die Wand ist sicher. So, ich zieh jetzt auch mal ein paar Wände hoch, ne? Die sehen doch hässlich aus, diese Wände hier. Da müssen bessere hin. Ne? Ne? Ne, ne, ne? Die Wandverstärkung ist fast fertig! Schauen wir doch fast. Die Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Ja. Genau, in Gefahr, weil hier gerade mal auf dem Drohnen rumfahren. Ne? Ne? Guck mal. Ich sitze auf dem Schreibtischstuhl. Ne? Echt? Hm? Kannst du kommen? Und, ähm... Geht's jetzt mal fallen? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ja, ist okay. Ey. Ich sitze auf dem Stuhl, ne? Hm, aber fassiert der dir die Tür auf. Warte, ich mach ja auch so ein Granatending hin, wenn's geht. Ja. So genau auf die Tür drauf. Ne? Mal gucken wir mal, ob das funktioniert. Der Bre einer ist schon gestört. Luftverdienst. Ich lade nach. Hä? Warum? Ladevolles Magazin! Wer dumm ist? Du bist ausgeflogen. Ja, danke. Ja, danke. Mann. Ist das ein Hugo, ne? Durch Glanzballate und dann ballert er einfach rauf. Ne? Mhm. Richtige Aktionen. Mann. Das kostet den Mann raus. Oh. Hör her, ne? Erre, ne? Nein, ich bin Wofen. Du weißt ja auch nicht gemeint. Ja, das kann sogar was werden. 2-2. Ich hoffe an wie gut die beiden sich anstellen, dann kann das noch was werden, ne? Mhm. Da kann man alles abscannen, vielleicht sehe ich ja jemanden, den ich nicht sehe. Ja? Hier ist irgendwo ein Geist. Vielleicht ist er so versteckt, dass man ihn im ersten Moment gar nicht sieht. Aber da spielt sie den dann doch. Letzter verbleibende Operator des eigener Drohnen. Ja. Ja, die Drohnen jetzt sind tot. Ja, ja. Eigener Drohnen. Mission gescheitert. Guck ihn dir an. Mhm. Wie verwirrt er war. Guck ihn dir an wie er es ausnutzt, dass er von der Drohne verdingst war. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich, das ist keiner. Ja. Ja, ja, das war immer wieder. Ja. Ja. Ja, ja. Die Bomben schützen. Die Menschen töten, ne? Die Wand wurde verstärkt! Ja, gut. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entspricht des Daten. Ja, meine Mutti hat auch eine Bombe gefunden in ihrem Schlafzimmer. Ja. 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 Nur noch 10 Sekunden. Jo, einfach Bababand auf einmal hier, ne? Ja. Ja. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Genau, so meine Mutti, die hat auch schon wieder eine gekommen. Ich stelle das mal hier auf dem Boden. Ne? Mhm. Das sind ja die Eingänge, die durch diese durchgekommen sind, dann können sie auf jeden Fall schon mal nicht mit Granaten machen. Ja, die haben halt jetzt alles zugemacht. Ne? Und ich bleibe sie überall an denen, wo die in die reingekommen sind. Also an der Aufregung. Ne? Damit die nicht einfach reinspringen können. Ne? Guck mal, da ist mein Schreibtisch. Ne? Da schneide ich die Videos. Ich spiel's auch hier Fortnite drauf. Ich spiel's auch hier Fortnite drauf. Nein, da schneide ich die YouTube-Videos drauf. Machen hier die Wand kaputt. Ja, ich hier. Nein, da ist noch eine Drohne. Hebe sie. Ich krieg's auch hier. Was machst du mit dem Chippen? Was machst du mit ihm? Er soll mich heal'n? Kriegst einen Heal' aber kriegst du nicht. Doc! Aha! Was macht er denn? Yo! Schon wieder die Leichen. Er schlechtet der Typ, ey. Er schlechtet die einfach die durch die Dings kommen. Er schlechtet einfach die Leute, die durch die Tür kommen. Guck mal, ich bin panisch auf einmal. Mit dem Gegner haben wir einen Entschärfer eingesetzt. Falsch! Hast du gesehen? Naja, bisher sieht es nicht so aus, ne? Ein Gegner verbleibt. Na, jetzt ist noch... Hä? Du bist halt entstürzt. Hä? Hä? Wahrscheinlich eine Außentür. Entschärfer lokalisiert. Sofort deaktivieren. Oh, ne? Den doch gefunden. Und als der andere Breer würde ich jetzt gucken, dass ihn keiner abschießt. Oh. Der Trupp verbleibt. Eherst gesagt, ich hätte... Einer hätte ihn in den Entschärfer teaktiviert, einer hätte ihn in den Gegner gesucht. Ja. Ah, guck mal, wie er da schon drauf gewartet hat, ne? Mhm. Immer nur drauf gewartet, dass jemand vorbeikommt. Ne? Mhm. Ja, wir reißen das jetzt noch als Angreifer. Mhm. Ne? Auf einmal mit der... Ich bring jetzt alle um als Angreifer. Auf einmal mit der Hugo zu, ähm... Profi. Ich will jetzt als Angreifer alle umbringen. Ah, jetzt kann ich nicht mal den Hans benutzen, da... Ne? Mhm. Dann muss ich jetzt ihn hier. Er hat auch ein krasses... Ne? Mhm. Krasses Gewehr hat er. Lass mich mit. Ne? Danke. Sehr schön. Es dauert doch jetzt eh noch eine halbe Stunde, dann lass mich doch ein anderes Visier auswählen. Kannst du ja auch noch. Nein, kann ich nicht. Doch, wenn du gleich in das B drückst und dann... Ja, dann... Ja, aber trotzdem. Es dauert jetzt eh noch eine halbe Stunde, dann muss ich mich nicht rausschmalten. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ja? Ja. Oh, besser. Das ist eine Einzelschusswaffe, die du hast. Hm? Das ist eine Einzelschusswaffe, die du hast. Keine Ahnung. Sieht doch nicht. Dämpfaser ist halbautomatischstes Gewehr. Oder das hier. Mit hohem Schaden und starken Rüpptoos. Na? Guck, wie sah man raus? Na? Noch 10 Sekunden. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. 5 Sekunden bis Einsatz. Ich hätte mir eine Mausefalle platziert. Vor der Tür da. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Können wir uns nicht durchs Drohnenloch da rollen? Ja, moin. So ganz nebenbei einfach mal, ne? Da ist die Rattenfalle gefunden, die ich meinte. Na? Danke. Dumme Dinger da. Na? Ich dachte, das wäre schon weg. Na? Ne, ist dumm etwas. Na? Na, du. Jetzt hat er dich geholt. Ja. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Er hat mich geholt, weil ich daran festziehe. Scheiß drauf. Ah, fuck. Er holt den anderen einfach, weil er den einen abschießt und der dazwischen läuft. Hast du das gerade gesehen? Nee. Der hat gerade den da vorne abgeschossen und hat den anderen Gegner einfach geholt, weil der da vorrum gelaufen ist. Nein, 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 nein. Da hinten stand einer. Ja. Und dann ist hier vorne der andere lang gelaufen. So wie der da, ne? Dann ist der da lang gelaufen und deswegen hat er ihn einfach mitgeholt, weil er einfach vor uns wie hier gelaufen ist. Ne? Das sah echt witzig aus. Ne? Mhm. Ne? So wie es anhört schon? Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ja, so wie der andere Gegner eben da so lang lief. War da hinten einer, den er gerade angeschossen hat. Und dann kam der weiße Dude einfach da so lang gelaufen und ist dann voll ins Visier gelaufen. Oder? Mhm. Ich kann nicht, dass du es gerade nochmal sehen kannst. Ne? Da lief die Zähne gerade noch mal. Ach so. Jetzt zu spät ist er eben gerade. Oder? Da hinten, der einen Typ da hinten in der Tür und der anderen ist halt wirklich genau da so wie, ne? Wie der da einfach davor lang gelaufen. Deswegen hat er ihn einfach mit abgeschossen. So nicht mal bewusst ist einfach, ne? Einfach in die Flinte gelaufen, weil er den anderen gerade abgetötet war. Ne? Das ist ja echt amüsant aus. Das ist ja echt amüsant aus. Außer sind noch ein Kilometer halt. Einfach, wenn er genau vor die Flinte läuft. Wenn er sich der Gegenseite umgedrückt hat. Weil irgendwie ist einer von denen schon tot, obwohl nicht. Verlassen, der wahrscheinlich. Ne, der ist nicht verlassen, der ist gestorben. Ich weiß nicht wie. Weil da war so ein komisches Symbol, dass der tot ist. Aber er hat doch keine Dings. Doch. Du hast Selbstmord. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da war so ein Symbol, etwa eine Granate oder sowas gelaufen. Aber deswegen ist er jetzt tot. Ja, Selbstmord dann. Aber warum macht man Selbstmord? Weiß nicht, vielleicht aus Versehen? Ja, kann sein. Sei jetzt nicht, ne? Aber gut für uns, ne? Besser für uns. Ja, sag ich ja. Gut für uns. Ja, nun nimm die Leiter schon. Meine Güte. Ne? Ich sag mal, wo ist die Cam? Die ist schon weg. Die ist schon weg. Cool. Und das wurde Licht. Und das wurde Licht. Ich kämte eure Tür ab, die Kunst. Wir sind für die. Ich kenne Ausaufläge. Ich kenne zwei unserer Breast gestorben, denn wir müssen draußen sein. Ne? habe ich mich erschrocken wir waren hier auf der treppe umgebracht du tötest jetzt alle so Wie war das? Schaff ich nicht. Musst du in den nächsten 30 Sekunden eigentlich nur in Brié. Schießen der da rumsteht. Schaff ich nicht. 4 Kills. Ich glaube wirklich nicht, dass du das schaffst. Ich meine, die Runde gewinnt und dann ist es wenigstens auch eine coole Runde. Den kannst du schreiben, Niklas ist der beste Spieler der Welt. Ne, neue Map, Niklas versiert direkt. Auch wenn wir das dritte Mal spielen, ne? Das juckt ja kein. Warte, ich nehme mal das da. Oder ist das besser? Ja. Das schaffe ich nicht. Erst mal ein paar Sekunden später 2 so richtig weg. Ja, und dann denkt man so, ah, da kannst du es doch schaffen mit der Schattenzeit wirklich. Ne? Und rettest du uns wirklich ins 2-2. Ne? Junge. Das war hart geschwitzt. Ja komm, so gut waren die jetzt auch alleine. Ne, hast recht. Die haben sich jetzt schon doof angestellt. Aber ich hatte Angst vor die Schottkernspieler. Ja, aber trotzdem war der eine tot mit der Schottkern. Wir müssen eine Bombe auch. Ja. Ne? EasyClap. Musst du ihnen jetzt einschreiben, weil wir gleich gewinnen? Ich auch. Schreib's jedem. EasyClap, EasyClap, EasyClap. Ist richtig auch dumm. Wie manche Leute halt wirklich machen was. Komplett unnötig. Ja, und dann nachher verkacken die das so. Ne, wenn du so besiegt wurde es manchmal, dann schreiben doch manche. Ich finde das kann man ja auch nötig. Weil warum? Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ne? Finde ich ganz ehrlich. Warum? Einsatz in 10 Sekunden. Ne? Ne? Ist mir die Zeit aber nicht wert einfach so viele Leute zu schreiben, ne? Haben wir die gewinne ich oder verliere ich? Ne? Das ist doch dumm, das eigentlich zu schreiben. Ist das ja auch, das sag ich ja gerade. Ne? Die gewinne ich oder verliere ich. Das Geld macht mir Spaß. Also es ist mir relativ, ne? Ne? Ich geh wieder hier hoch. Ich komm mit. Kommt der? Achtung, Explosion! Yo! Da war jemand. Der hat mich schockt, Johan. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ne? Ne? Ich geh mich bitte? Ach das bist du gar nicht. Ach komm ich kurz schwein. Nein. Es ist ein Gegner noch. Es ist nur der Kapkan noch übrig, ne? Wir sind zu viert und ein Gegner ist übrig. Das war so klar, dass er irgendwo so ne Scheiße hat. Ja. Ja. Ja, aber er ist jetzt noch unterdroht. Entschärfer ist aktiviert. Naja. Und der Monjis hat ihn da auch schon gefunden. Er war halt auch gerade. Ne? Und er holt dich wahrscheinlich jetzt hoch? Oder er lässt dich einfach fallen? Dann lass es einfach, Bruder. Ich steh gerne in diesem Todes-Queen. Ne? Danke. Er war... Er war dieser Sodospieler. Ja. Ist ja unnötig. Aber egal. Da guck ich mir jetzt zu. Ne? Haben wir eh gewonnen. Ja, wir haben eh gewonnen. Ja, wir haben eh gewonnen. Ja, wir müssen jetzt beide ausschalten. Okay. Einer vom Eintracht. Alle, ich lasse das verkacken wir jetzt, ne? Ja, der Schildtipp hat's nicht geholt. Ja, der Schildtipp hat's nicht geholt. Guter Mann. Mit seinem 2 HP. Hat er ihn mit seiner P9 geholt. Ne? Mhm. Comeback-Sieg. Ja stimmt, wir waren erst hinten, ne? Mhm. Erst waren haben wir mich auch verkackt. Oh, gut. Die MVP. Es gibt ja so irgendwie 7 Kills oder... Ne, sogar 9 inzwischen. Mhm. Oh, ich bin Level 16. Ja, du musst gar nicht erst anfangen. Welches Level du bist. So, ich krieg jetzt Alpha Pack. Die ersten 2 Runden... Dach... Dings, äh... Ich hab doch noch so gekonnt. Ja, irgendeiner... Der ist...